1, 2, 3, ich will take my pain away I will take my pain away Hey Leute, was geht? Tizen wieder hier. Zurück aus den heiligen Hallen des Hustles. so wie sie vor ein, zwei Jahren mal getauft wurden, derzeit eher die heiligen Hallen des Abwartens, denn ich, wie auch ihr, warten natürlich gespannt auf die neue Kollektion, die natürlich schon von mir angekündigt wurde, von für vor, vor zwei Wochen, ja. Sie ist derzeit im Zoll, also hoffe ich, dass ich sie in der nächsten Woche launchen kann, beziehungsweise nächstes Wochenende launchen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Start, haltet die Ohren und Augen offen. Bis dahin versuche ich euch natürlich mit dem feinsten, ja, dem feinsten Content zu beglücken, ja, so könnte man sagen, meine Freunde. In diesem Sinne habe ich mir überlegt, dass wir einmal im Monat, und zwar den ersten Dienstag jeden Monat, ein Q&A-Video machen, das, was wir gerade machen, und es ist Dienstag, ich habe mich dran gehalten, what the fuck, eine Seltenheit, um eure Fragen zu beantworten, die ich eben nicht in einzelnen Themenvideos beantworten kann, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, und zwar habe ich mir vorgenommen, mehr back to the roots zu gehen, mehr back to Technik-Videos, Verbesserungsvideos, Tipp-Videos. Ich bin, ich komme immer mehr und mehr ins Training rein, die Progression kommt, die Gains kommen, und ich fühle mich mittlerweile wieder richtig gut, und ja, das Feeling ist einfach zurück, das Feeling ist back. Wer das Video gestern gesehen hat, Schulter drücken, über Kopf drücken, schaut es euch mal an, und lasst mich mal wissen, wie euch die Art von Video gefällt. Also ich erkläre, natürlich ist das alles spontan, ich mache mir kein großartiges Skript, wie viele andere YouTuber das machen, sondern ich stelle mich hin, mache die Kamera an, und versuche halt mit so Überblendungen das Ganze noch deutlicher zu machen. Wenn euch diese Art des Videos gefällt, ja, bitte gebt einen Daumen hoch, auch für die Leute, die zum Beispiel die Inhalte schon kennen, ich weiß, da ist auch viel Grundlage dabei. Vielleicht als kleine Erinnerung, wenn euch das Format gefällt, einfach mal ein Like da lassen, hilft ungemein, definitiv, auch bei den kommenden Videos, wäre eine super Sache. Jetzt haben wir genug um Likes gebattelt, meine Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt in die Topics rein. Ach genau, worauf ich noch hinaus wollte, ich werde jetzt versuchen, drei Videos dieser Art, also entweder ein Technik-Tutorial, ein Verbesserungsvideo, oder eben ein Theorie-Thematik-Video die Woche zu machen. Haltet mal die Augen offen in den nächsten Wochen, wenn euch der Shit gefällt, drückt den Vergewaltig den Like-Button. Ihr wisst Bescheid. Ja, moin. Beruhig dich mal da draußen, Alter. Mach mal eine Mode aus, da. So. Ähm, okay. Kommen wir zur ersten Frage. Interessante Frage von unserem Bro Emil. Wenn die Deficit-Deadlifts nicht den unteren Teil der Bewegung stärken, was empfiehlst du dann für diesen? Ja, also siehst du jetzt quasi, ich hatte mal in einem Deficit-Deadlifts-Video gesagt, dass das eine Zusatzübung für den oberen Teil des Kreuzlebens ist, eher wo die Hüfte durchgedrückt wird. Was empfehle ich denn dann für den unteren Teil, ja, also wenn man Probleme hat, vom Boden wegzukommen. Und das ist an sich eine ganz einfache Sache. Das sind die Quads, bedeutet enge Leg Press, enge Frontkniebeugen, Hyper Squads. Oder ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, was George Lehman häufig gemacht hat, wenn man zum Beispiel enge Squads auf eine Box macht. Also enge Box Squads, die letztendlich nur eine Leg Press, ähm, ja, nachahmen, sind eine super Sache, um quasi, ähm, ja, das Kreuz eben von unten zu verbessern. Also wenn du Probleme da haben solltest, probier aus, Leg Press, Pause Squads auf eine, ähm, Pause Squads zum Beispiel auch. Pause Deadlifts könntest du machen oder Box Squads auf eine Box. Und hier jetzt auch nicht den ultrabreiten Stand, sondern den engen Stand, genauso wie beim Kreuzheben auch. Und, ähm, dann kommst du wieder von unten sehr, sehr gut weg, beziehungsweise letztendlich einfach mehr Kreuzheben. Und das Gewicht so wellen, dass du nicht die Form brichst, ja, also dass du es noch vernünftig machen kannst. Aber ansonsten, das sind die Zusatzübungen, die dir da definitiv weiterhelfen. Auch in Bezug dazu hat unter dem Video jemand gefragt, oder der Tyshus Forever, ey, Grüße gehen raus. Ein Abonnent fast seit der ersten Stunde, glaube ich. Was hältst du von Snatch-Grip-Deadlifts? Ähm, auch wieder unter dem Deficit-Deadlift-Video ist an sich das Gleiche. Ihr verlängert quasi euren Weg. Also als Zusatzübung fürs Kreuzheben ziemlich nice. Ähm, der einzige Unterschied ist halt, dass der Griff etwas breiter ist. Das heißt, letztendlich von der Ausführung für den Körper ist es dem Deficit-Deadlift sehr, sehr, sehr ähnlich. Allerdings durch den unterschiedlichen Griff, also dadurch, dass der Griff breiter ist, könnte es sein, dass der Carry-Over einen Ticken schwächer ist. Weil beim Deficit-Deadlift könnt ihr euer Setup ganz normal machen, Latt reinziehen, bam, könnt ihr beim Snatch-Grip natürlich auch. Aber der Griff unterscheidet sich natürlich da. Ja, es könnte sein, dass ihr beim Snatch-Grip-Deadlift noch ein bisschen mehr, ähm, den Rücken mit drin habt. Also den oberen Rücken tatsächlich spürt, weil es hier ein bisschen, ja, schwieriger für den Körper ist, da ihr breiter greift, die Spannung zu halten. Also für die Schulterblätter zusammenziehen. Das könnte der einzige Unterschied sein. Also theoretisch fürs Kreuzheben als Übertrag Deficit-Deadlift vielleicht einen Ticken besser. Aber wenn ihr noch was für die Stabilität und für den oberen Rücken tun wollt, der Snatch-Grip definitiv auch eine gute Variante fürs Kreuzheben. Immer noch gleiches Thema, gleiches Video. Hat noch jemand gefragt, könnte man auch einfach kleinere Scheiben nehmen? Selbstverständlich, du könntest auch einfach kleinere Scheiben nehmen. Also er meint jetzt quasi statt 20er Scheiben, die normal halt sind bei der Kreuzhebehöhe, einfach kleinere Scheiben. Und dann hast du quasi auch dein Deficit-Deadlift. Aber darauf achten, dass der Unterschied nicht zu hoch ist. Es reicht schon so ein kleines Stück Unterschied für den gewollten Effekt. Okay, hier hat Ahmad noch eine Frage gestellt zum Thema. Würdest du mir als Anfänger zu mehr Wiederholungen raten, um Progress zu machen oder eher weniger Wiederholungen? Und hier ist es jetzt so, du brauchst als Anfänger weniger Volumen als als Fortgeschrittener. Bedeutet, du kannst mit weniger Wiederholungen die gleichen Fortschritte machen wie zum Beispiel ein Fortgeschrittener mit mehr Wiederholungen. Also jetzt nur von dem, was drauf geaddet wird. Und das Ding ist aber, es könnte trotzdem sein, dass du mit mehr Wiederholungen mehr Fortschritt machen würdest. Das ist das Gleiche wie beim Fortgeschrittenen auch. Hier geht es darum, das Volumen so zu wählen, dass du so nah wie möglich an deinem Maximum Recoverable Volume trainierst. Quasi so nah wie möglich an dem Volumen trainierst, sodass du dich noch komplett regenerieren kannst, noch komplett adaptieren kannst und immer wieder erfricht ins Training gehen kannst. Bedeutet, ich würde dir tendenziell natürlich dazu raten, mehr Wiederholungen zu machen, weil als Anfänger ist das geil auch. Mehr Wiederholungen bedeutet, die Technik kommt schneller rein, deine Koordination wird schneller besser. Du fühlst dich schneller sicherer in den Bewegungen und kannst noch schneller Gewicht drauf packen. Natürlich nur in dem Maße, wo die Technik sauber bleibt. Das ist ja der Sinn dahinter gerade, viele Wiederholungen zu machen. Und je mehr Volumen, desto mehr Gains. Also das ist einfach so und das gilt auch beim Anfänger. Ihr habt zwar den großen Vorteil, dass ihr weniger machen könnt, um Gains zu machen, aber das heißt nicht, dass ihr weniger machen müsst. Sondern wenn euer Alltag das zulässt, Schüler, Studenten und ihr Bock auf Training habt, haut ruhig mehr Wiederholungen rein. Ihr bekommt mehr Gains dabei raus. Unter der Prämisse, dass ihr euch nicht in ein Overreaching oder in ein Overtraining rein trainiert. Overtraining als Anfänger gibt es wahrscheinlich gar nicht, da kommt ihr gar nicht rein. Aber in ein Overreaching, dass ihr merkt, okay, die Stressfaktoren werden zu stark. Dann solltet ihr etwas Volumen wieder runternehmen. Aber ansonsten, je mehr Wiederholungen, desto besser. Ihr wisst Bescheid. So Freunde, ZeroFucksGiven hat gefragt. Hey, HashtagFuckTizen. Nachdem ich nach einer einjährigen Pause war im Ausland wieder Kniebeugen angefangen habe, bekomme ich beim Beugen immer Schmerzen im unteren Rücken. Ich denke mir fehlt irgendwo an der Mobilität, dass mein Oberkörper zu weit nach vorne kippt und das mit dem unteren Rücken, also dem unteren Ausgleichen muss. Kann das sein und was kann man dagegen tun? Ich denke auch, dass es ein Mobility-Issue ist, aber nicht unbedingt daran, dass dein Oberkörper zu weit nach vorne kippt, sondern, ich weiß ja nicht, was du im Ausland gemacht hast, aber wenn man viel trainiert hat, also man trainiert dies, das und dann macht man eine Pause ohne abzutrainieren und man sitzt vielleicht viel. Vielleicht warst du im Ausland, studieren oder was, hast ganz normal deine Sitzerei weitergemacht, ohne jetzt viel Sport zu machen, ohne wirklich dich zu bewegen, die Beine zu bewegen, die Hüfte zu bewegen. Bedeutet, worauf ich letztendlich hinaus will, ist, dass da wahrscheinlich deine Hüftbeuger, also Iliopsoas, sich einfach in Anführungszeichen verkürzt haben, sich ein bisschen verklebt haben, unfunktional geworden sind, sehr hoher Muskeltonus draufhängt. Und jetzt, wenn du dich versuchst, quasi aufzurichten, dass der Iliopsoas, also dein Hüftbeuger, an den Lendenwirbeln zieht. Ich habe dazu schon mehrere Videos gemacht, also wenn man Rückenschmerzen beim Kniebeugen oder Kreuzheben hat, ist es meistens der Hüftbeuger oder es ist der Quadratus Lumborum, also wirklich unten der dicke, dicke Rückenmuskeln, der da richtig zusammenzieht. Und den kannst du einfach behandeln, indem du den Lacrosseball reinhaust, also locker einfach die Muskulatur und den Iliopsoas einfach mit dem Couchstretch mal aufdehnen, eventuell auch mit so einem Lacrosseball rein oder auf einer Blackroll mal rollen und gucken, ob es besser wird. Meistens wird es schon bei einem Mal besser und dann weißt du, okay, der Schmerz ist einfach der verkürzte Hüftbeuger. Ist bei vielen so, ich kann natürlich meine Hand dafür jetzt nicht ins Feuer legen, aber bei 95% der Fällen würde ich sagen, liegt es einfach an dem Hüftbeuger, weil wir oft so unfunktional sitzen. Das ist unsere Haupthaltung, obwohl sie so unnatürlich eigentlich für uns ist. Erst recht, wenn man dann Kniebeugen oder Kreuzheben machen möchte, wo man sich aufrichtet und ihr müsst euch vorstellen, ganz kurzes Beispiel, wenn man sich aufrichtet und hier der Hüftbeuger zieht dann von den Lendenwirbeln, also ein Teil des Hüftbeugers, zieht von den Lendenwirbeln runter zum Oberschenkel. Und wenn man dann sich aufrichtet und der ist verkürzt, bam, Hohlkreuz. Und wenn du dann Gewicht drauf hast, dann tut es halt weh. Also auf jeden Fall ausprobieren, Hüftbeuger-Stretch und den Quadratus Lumborum mit dem Lacrosseball mal richtig fisten. So Freunde, ich würde sagen, letzte Frage, ich kann es nicht ganz einschätzen, wie lange wir jetzt hier beschäftigt waren. Hashtag fragt Tyson, trainierst du die Bauchmuskeln isoliert? Wenn ja, welche Übungen würdest du als Assistants zu Deadlifts und Beugen empfehlen? Und wann gibt es das Shirt, das du anhast? Ja, wie gesagt, Shirt gibt es vielleicht in einer Woche. Nein, ich trainiere keine Bauchmuskeln parallel derzeit. Ich muss aber dazu sagen, ich benutze derzeit keinen Gürtel. Ich weiß nicht, ob das Video schon online ist, aber es wird jetzt ein Video zur richtigen Atemtechnik kommen und dann wird auch ein Video kommen dazu, wie man den Gürtel richtig benutzt. Und das Ding ist einfach, Hyper-Kniebeugen, Front-Kniebeugen ohne Gürtel sind schon ein richtiger Bauchbilder, also richtig Rumpfstabilisationsbilder, wenn man vernünftig atmet und das Ganze vernünftig macht. Also man muss auch wirklich den Bauch vernünftig ansteuern können, den Rumpf ansteuern können, damit man da auch einen Effekt hat. Aber wenn man das vernünftig macht, Kniebeugen, Kreuzheben ohne Gürtel mit vernünftiger Atmung, Atemtechnik und der Rumpfspannung, dann braucht man an sich keine zusätzlichen Bauchübungen, es sei denn, man will diese Six-Pack-Optik. Aber das Ding ist jetzt, wenn ich von Bauchmuskeln rede, das ist nicht unbedingt der Rectus Abdominis hier vorne, also der Gerade, sondern das sind vor allem Transversus, also die umliegenden Bauchmuskeln, die tieferliegenden Bauchmuskeln. Wenn man jetzt diese Strandoptik haben möchte, würde ich einfach empfehlen, zusätzlich zum Kniebeugen oder zum Kreuzheben eine ganz normale Crunch oder eine Leg Race Variante zu machen. Bei den Leg Races auch darauf achten, dass man sich den Hüftbeuger nicht knallerhart verkürzt, also wirklich gucken, dass man mit dem unteren Bauch arbeitet und that's it. Zwei-, dreimal die Woche das halt als Zusatzübung vielleicht am Ende dazu packen oder so, wenn man die Strandoptik haben möchte. Ansonsten, wenn man ohne Gürtel trainiert, braucht man es eigentlich nicht. Wenn man viel mit Gürtel arbeitet, kann man auch, also ich empfehle jedem, der mit Gürtel arbeitet bei der Hauptübung, eine Zusatzübung ohne Gürtel dabei zu haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Low-Bass Squats mit einem Gürtel machen würde, würde ich als zweite Übung entweder High-Bass Squats ohne Gürtel machen oder Frontbeugen ohne Gürtel, einfach um diese Rumpfstabilität selber noch passiv mitzutrainieren bzw. aktiv mitzutrainieren. Weil mit dem Gürtel verlässt man sich eventuell oft auf den Gürtel. Das werdet ihr auch in dem Video erfahren, der Gürtel ist eigentlich nur eine zweite Schicht Bauchmuskeln. Und wenn man die eben zu viel Arbeit machen lässt und sich selber nicht mehr auf die Rumpfmuskulatur konzentriert, dann könnte das eventuell gegen Ende auch negative Auswirkungen haben. Deswegen, Strandoptik, definitiv ein paar Crunches ballern, ansonsten immer eine Beltless-Variante mit im Training haben. Das gibt richtig Gains. Ja meine Freunde, ich wollte es jetzt nicht an den Anfang des Videos stellen, sondern, meine Freunde, hier. Es gibt auch Seminare von Eddie. Also Grüße gehen erstmal raus an Dete. So, wir hatten ja unseren kleinen Austausch. Tyson, könntest du mir mal den Preis für das Seminar erklären zum Vergleich? Du hast kaum an Wettkämpfen teilgenommen. Ist richtig. Und deine Leistungen waren zwar gut, aber auch nicht Weltklasse. Ist richtig. Und dein Seminar kostet 150 Euro. Seminare des amtierenden World's Strongest Man und dem Weltrekordhalter im Deadlift, Eddie Hall, kosten 65 Euro. Wie kommst du bitte auf diesen Preis? Also meine Freunde, es geht um die Seminare, die wir ab jetzt anbieten wollen, ein bis zwei Monate. Daniel und ich. Und es sind Powerlifting-Seminare, Grundlagen-Seminare. Das Ganze ist jeweils immer auf zehn Leute begrenzt. Das Ganze wird circa sechs Stunden gehen. Wenn wir länger brauchen, dann brauchen wir länger. Und ich wurde halt gefragt, ich hatte das mal in einem Video erwähnt, 149 Euro kostet der Spaß, ob ich behindert wäre. Also es gab ein paar Fragen dazu, warum das so viel kosten würde, ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Bli, blablub. Also, um erst mal auf den Kommentar einzugehen, dass bei Eddie Hall, also es ist kein, ich sag jetzt mal, was das bei Eddie Hall war. Ich hab mir das dann angeguckt. Es ist kein Seminar, wo 40 Leute in einem Kreis sitzen, auf Stühlen und ich predige und erzähle was und ich zeige nur was. Bei Eddie Hall hat man das gesehen, da saßen 30 bis 40 Mann in einem Kreis, hatten Freizeitklamotten an. Es geht auch so ein bisschen um die Lebensgeschichte. Dann werden Deadlift, alle möglichen Strongman-Übungen durchgegangen in fünfeinhalb Stunden oder in fünf Stunden. Okay, das ist es definitiv nicht. Also es ist kein Seminar, wo ich predige. Ihr kommt für 150 Euro, ich erkläre euch theoretisch was und ihr könnt wieder fahren. Auf Wiedersehen. Sondern, erstens, wir sind zu zweit, also es ist mit Daniel und mir. Ich muss mal kurz hier. Also wir sind zu zweit, es ist mit Daniel und mir. Wer Daniel nicht kennt, checkt definitiv mal den Kanal ab in der Beschreibung. Daniels Leistung circa, ich schätze derzeit, Kniebeuge 245. Bench so um den Dreh. Bench so an die 165, 160. Ne, 165 hat er gestern gedrückt. Ich denke mal 165, 170 so um den Dreh. Und Kreuzheben auch 270, 280, vielleicht sogar ein Ticken höher. Ich glaube eher so 280 ein bisschen höher. Derzeit, ja. Und bei mir ist es halt derzeit so, ich arbeite mich gerade hoch. Aber ihr kennt ja auch meine Werte. Ich habe ja mal an die 240 gebeugt. 142,5, 145 gedrückt und 260 gehoben. Ja, und das auf 88 Kilo. Bei Daniel ist es ein bisschen mehr. Aber derjenige hat angemerkt, die Leistungen sind gut. Und ich habe auch meine Erfahrungen mit Verletzungen gemacht. Mit Schulter-Impingement, mit, naja, jetzt ziemlichen Knieverletzungen, unteren Rückenschmerzen. Also ich habe meine Cues, wie ich durch Sachen komme. Und ich habe auch verschiedene Techniken durch. Ich habe breit gebeugt, derzeit beuge ich eng. Ich habe Sumo gehoben, derzeit conventional. Und ja, es ist quasi ein Grundlagenseminar, in dem ihr reinkommt. Wir erklären euch erstmal die Übungen. Das heißt, wir fangen an mit zum Beispiel Kniebeugen. Zeigen euch die Grundlagen, worauf es ankommt. Und dann ist der Part, wo ihr das Ganze umsetzen müsst. Das heißt, wir gucken uns individuell jeden von euch an. Wie beugt ihr? Wir lassen euch erstmal machen. Ihr geht im Gewicht hoch. Also werdet, das ist ein aktives Seminar. Ja, also ihr nehmt Sportklamotten mit. Ihr setzt euch da hin und dann wird geguckt, ihr beugt. Und dann gucken wir, was kann man verbessern? Was macht ihr für Fehler? Wie kann man diese Fehler ausgleichen? Wenn man diese Fehler nicht direkt ausgleichen kann, welche Übungen könnt ihr benutzen, um diese Fehler langfristig auszugleichen? Was für Möglichkeiten habt ihr, um in eurer Beuge stärker und besser zu werden? Wir gucken uns das bei jedem individuell an und machen Anpassungen. Und machen auch die Übungen dafür. Dinge, die für alle interessant sind, machen wir auch dann wieder vor der Gruppe. Das heißt, wenn wir Fehler häufiger sehen, werden wir das für alle natürlich auch erklären. Während die Dinge sowieso, die interessant für alle sind, werden wir für alle erklären. Und so machen wir das mit der Kniebeuge. Mit dem Bankdrücken und mit dem Kreuzheben. Jeder von uns wird sich immer einen von euch nehmen. Das Ganze durchgucken. Wir werden gucken. Ihr geht vielleicht an Submax-Lasten, wenn ihr das wollt. Ihr geht an 5-Rep-Max, wenn ihr das wollt. Und dann schauen wir, wo bricht die Technik? Was können wir machen, um das Ganze zu verbessern? Mit allen drei Grundübungen. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns alle Fragen währenddessen zu stellen. Ja, also was ihr auch immer wissen wollt. Wir haben am Ende ein Q&A. Da können auch nochmal alle Fragen und Themen aufgegriffen werden. Das heißt auch, wenn ihr Fragen zu Overhead-Press habt. Wenn ihr Fragen zum Rudern habt. Wenn ihr Fragen zu irgendwas anderem habt. Zu einem Peaking. Theoretische Fragen zur Trainingsgestaltung. Das könnt ihr uns alles stellen und fragen. Und wir werden euch das Ganze detailliert erklären. In diesen 6 Stunden, 6,5 Stunden. Uns juckt das auch nicht, wenn wir da 7 Stunden sind. Plus, im Anschluss daran könnt ihr natürlich. Also wir werden dann noch trainieren. 2, 3 Stunden mit uns trainieren. Für einen kleinen Aufpreis. Das habt ihr vielleicht auch gesehen. No Hate. Das ist einfach, dass wir nicht alle 10 da haben. Sondern nur 6 Personen. Und ich denke auch, der Preis ist für 2,5 Stunden Training. Mit einem Okay. Der ist zwar an das Seminar gebunden. Aber für 29,5 Stunden mit uns beiden trainieren. Alle Fragen auch wieder stellen zum Training. Wir gucken uns euer Training natürlich auch an. Ich denke, das ist eine ganz feine Sache. Und so komme ich auf den Preis. Das Ding ist, ich habe natürlich auch Mietkosten. Das Ding ist, wir sind zu zweit. Das Daniel und ich. Und wenn man Steuern. Also Umsatzsteuer. Plus Einkommenssteuer etc. abzieht. Dann kommt man halt auf einen soliden Preis. Dann kommt man auf einen. Normalen Stundenlohn. Sag ich mal. Deswegen halt auch nur 10 Leute. Weil es einfach individueller ist und genauer ist. Ihr könnt auch gerne nach England euch den Fluch buchen. Oder wo auch immer Eddie Hall sein Seminar hat. Und euch mit 40 Mann in eine Reihe setzen. Ich glaube kaum, dass ihr das da so individuell bekommt. Und so entsteht einfach dieser Preis. Man muss Heilenkosten abrechnen. Man muss Steuer abrechnen. Und es ist einfach viel individueller. Und es sind immerhin noch 6 Stunden. Das dazu. Ich hoffe, ich hatte auch darauf geantwortet. Das war auch ganz. Also ich war jetzt da nicht böse oder so. Sondern ganz normal geantwortet. Hoffentlich hast du auch so verstanden. Und ja meine Freunde. Das ist das Ding. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen in diesem Q&A Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Unter dem Hashtag Fragtheisen. Das nächste Q&A kommt dann nächsten Monat. Dienstags. Ich werde natürlich, wenn diese Themen größer sind, die Fragen, die ihr darunter schreibt, die auch mit für meine Theorie-Themen benutzen. Und ja meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Seid gespannt auf die Collection. Ich bin selber mal gespannt. Ich bin extrem gespannt. Und ja. Lasst mich wissen, wie euch das Ganze gefällt. Die nächsten Videos, die kommen. Das Format. Und wir sehen uns im nächsten Video. Habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Bis dahin. Macht's gut. Peace. 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 Das war's für heute.